So, moin moin, zu einem lustigen Let's Battle. Und zwar spielen wir Billiard. Und jetzt müssen wir uns nur noch eine lustige Spielvariante aussuchen. Worauf hättest du denn Lust, lieber Garnoes? Machen wir doch das Standard, 8er Billiard. Das 8er Billiard. Das machen wir nur mit Account, weil wir sind ja angemeldet. Und da bist du auch schon. Keine Zuschauer. Coin spielen wollen wir nicht. Und los geht's. Da. Und los. So, ich darf Kugelchen legen. Das ist ja toll. Uh. Ja, jetzt zeig ich mir, wie das geht. Weißt du, was das Problem ist bei mir? Das hängt schon wieder, das Spiel. Ah, das ist immer so lustig. Dieses Spiel frisst so dermaßen Ressourcen, dass ich nicht... Was mache ich denn hier für den Scheiß? Dass ich den Ton nicht anhaben dürfte. Wenn ich den Ton anhabe, dann hakt das aber zu mal, das Spiel. Das ist natürlich bedauerlich. Ach Gott. Und man sieht jetzt schon in der Abgangsphase, wir sind nicht besonders gut. Wir sind auch nicht sonderlich im Pich darauf, gut zu sein. Wir hauen einfach nur drauf. Was? Daraus jetzt machen. Das weiß ich nicht. Versuchen wir die 5 und die 7 zu spielen. Erfolglos. Super. Warte mal, das könnte das werden. Jawoll. So, eigentlich schlagen wir die ganze Zeit nur mit maximal hier. Kann das sein? Ja. Machen wir. Oh, was war das denn? Du machst das. Ich kann das auch gleich mal gefühlvoller machen. Och, komm. Das hat jetzt ja, also den hätte es ja genau so wie ich da eigentlich reinhauen müssen. Jetzt mach ich das mal ein bisschen gefühlvoller. So. Jetzt hab ich nur ein Problem. Ich muss die Zeit so machen. Nein? Okay. Schade. Okay, das war mies. Weißt du, ja super. Leck mich doch auf Fett hier. Warte. Das war pure Absicht. Ja, das hab ich gesehen. Arschkrampel. Äh, ich meine. Ja, da verkacke ich immer bei diesen Stößen. Tja, so ist das alles. Pass auf. So geht das. Alles, was länger als zwei Zentimeter auf dem Bildschirm ist, schaff ich nicht. Pass auf. Jetzt hau ich ihm hier die Neun und... Oh! Ja! Ich hau da mal die Neun rein. Ich hau da mal daneben, würde ich eher sagen. Oh, Scheiße. Ahem. Du musst die Kugel aufbauen. Ach, ich bin dran. Da geht sie rein. Äh... Äh... Muss ich die... Vielleicht netto bitten, oder was meinst du? Ne, einfach berühren. Das wird schon ausweichen. Oh! Oh, Mann. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hochladen möchte. Das wäre ja jetzt schon gut. Ich bin ja keine Könige. Was hat das damit zu tun? Meinst du, Könige können besser Billard spielen als wir? Könige im Billard. Oh Gott, war das mies. Was auch? Das war doch schön. Oh! Das hätte ich reinmachen müssen. Und da hast du ja nicht aufgepasst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weißt du, was mir gerade einfällt? Äh, einfällt, auffällt. Mein Fuß schläft ein. Ich sollte mich anders hinsetzen. Oh, dies. Ach ja. So. Ach, Gott, oh Gott. Was mache ich denn jetzt? Da sind meine Kugeln anstehen. Ja, das soll mal draufklappen, würde ich sagen. Oh, bei mir hängt das Spiel. Bitte was? Bei mir hat das Spiel gehängt. Gehängt. Gehangen. Gehängt. Gehangen. Gehängt. Gehängt. Gehänge. Gehänge. Oh, geh doch rein, du blödes Ding. Ich dachte, eh nicht. Ja, das warte ich. Ähm. Also waren wir sind voll die Bilder-Profis. Oh Gott. Also, ich weiß nicht, was diese scheiß weiße Kugel immer für Probleme hat. Ja, super, hättest nicht mal meine einlochen können, du Arschloch. Ähm. Nein. Ja, klasse. Ist doch die Acht rein. Ja, so geht das. So, wunderbar, da hast du gewonnen. Aber wir wollen ja nicht nur nach, hier nach einem Spiel auffilmen. Wir machen jetzt eine Revanche. Ich möchte eine Revanche haben. Ja, die kriegst du auch. Eine Revanche. Eine Revanche. Du hast aber ein hübsches Porträt, sehe ich hier gerade. Wunderschön, mit der blauen Klamotte und dem Bärtchen. Und der, was ist das, Albert-Einstein-Frisur? Ja, hat so gar nichts mit meinem wirklichen Aussehen zu tun. Ich glaube, so meins. Ähm. Ja, so ein bisschen? Nein. Du denkst. Das ist schon immer gelogen. Alle sagen das. Ach, komm. Danke. Ich hasse dich. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Warum spielst du denn überhaupt mit mir? Wieso mit mir? Ach, komm. Was ist da jetzt reingegangen? Hä? Die 9. Oh, hab ich nicht gesehen. Oh, gut für mich. Oh, jetzt kommt die Evil Eleven. Die böse Elf. Oh, gute Elf. Brave Elf. Schade, ich dachte, die geht irgendwie so rein. Aber nein. Weißt du? Vielleicht sollten wir einfach mal diesen Spin und so nutzen. Weißt du? Dass wir uns... Das habe ich einmal gemacht und dann habe ich die Kugel so unkontrolliert in die Gegend geführt. Ich versuche das jetzt auch nochmal. Warte mal. Hier oben ist ja der Spin. Dann werde ich jetzt mal... Hm, wo spinne ich denn mal hin? Ich spinne mal nach hinten. So, nach unten spinne ich mal. Äh. Oh! Das hat jetzt mal gar nichts gebracht. Und, geh rein! Oh! Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Oh, komm! Die hätte ich ja wohl treffen müssen. Das sah wirklich so cool aus. Ja, klasse. Vom cool aus dem gewinne ich nicht. Muss gewinnen! Ja, wenn ich so weiterspiele, wird es nicht schwer werden für dich. Ja, super. Jetzt komme ich nicht immer nicht ans Loch ran, weil die scheiß Acht im Weg liegt. Ja, Fluch des Dreckst Ding. Warte mal. Ach, komm. Ich wollte das unten links in die Ecke hauen, das Ding. Ja, anspielen kannst du sie da. Anspielen kann ich sie, ja, ja. Hopp! Schadet. Fast reingegangen. Du müsstest halt ich mir was einlochen. Diese blöde Tiere mit solchen Problemen, das glaubt man gar nicht. Oh, super! Ja, das treffe ich eh nicht. Haha! Das treffe ich eh nicht. Alles klar, Jung. Aus klar, Bullshit! Danke. Bitte. Das wäre geil nicht gewesen. Na. Das hättest du aber... Und so, ne? Nein, Bumbling! Alles, was länger als 2 Kilometer auf der Bildschirm ist. Und das waren wir. Ich könnte jetzt gewinnen. Theoretisch. Juhu! Nicht nur theoretisch. Ja. Dritte Runde. Entscheidendes Match! War mal so geschrieben, sie mich auch. Einfach so, weil ich kann. Oh, nee! Ich hab die halbe, die ich noch gar nicht wollte. Wir sind auch nicht aufgewärmt. Das ist die erste Runde, die Leute spielt. Können ja auch mal eine Runde Jaxi spielen. Die können auch mal einen anderen Modus spielen. Ja, das können wir auch machen. Oh nein, bleib liegen! Oh, gutes, braves Kugelchen. Das war ja Gnade. Mäuse gewinnig. Und jetzt, wo wir aufnehmen. Jetzt hau ich einfach... Ich hau einfach nur wild rein. Das ist toll. Ja, super! Geh die ja noch rein! Das hätte nicht belohnt sein dürfen. Oh, komm. Nein, die letzte geht natürlich nicht rein. Schade, 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 schade. Ich muss mich noch freuen, hier. Deine Kugeln liegen relativ nah beieinander. Deswegen wollte ich einfach mal rein. Das hat immer gar nichts gebracht. Gar nichts, nö. Oh! Und haut das Ding da oben gegen, haut das Ding unten gegen, geht aber natürlich nicht rein, ne? Da kann's nix machen. So, Konzentration. Danke. So, krieg ich jetzt die 8 angespielt? Ne, natürlich nicht. Ach Gott. Ich versuch's mal so. Das wird zwar nicht hinhauen, aber... Wer nicht mag, der nicht gewinnt. Oh! Ja, von da kann ich auch keine Kugel reinspielen. Die 10 vielleicht. Theoretisch? Praktisch? Nein. Nein. Au, au, au. Muss gewinnen. Habe gewonnen. Oh no! Nein! Sehr gut, dann machen wir noch einen anderen Modus. Dann gehen wir mal auf Spiel verlassen. Zur Raumauswahl. Dann, äh, würde ich sagen, wie wär's denn mit einer Runde Rotatio? Ja, machen wir das. Rotatio. Oh, wir sind allein. Sehr Wahnsinn. Keine Zuschauer. Ausfordernd. So, Rotatio, ähm... Rotatio, man sieht es schon, äh, die Kugel leuchtet. Man muss immer die Reihenfolgen anspielen. Ja, klasse. Super. Also sprich, man fängt mit der 1 an, mit der 2, mit der 3 und so weiter. Und wann hat man noch gleich... Wann hat man noch gleich gewonnen? Wenn man die meisten Punkte hat. Ach ja, genau. Rotatio, wenn man die meisten Punkte hat. Ich war schon wieder bei 9er. Aber bei 9er ist das ja anders. Sehr schön, ich weiß. Wir spielen eben auch eine Scheiße zusammen. Also ganz ehrlich. Aber gut erkannt, ist halt, äh, gebessert, oder wie war das? So, man sieht's schon jetzt. Freund Gano hat 27 Punkte, die Sau. Dreckiges Arschloch. Du hast mich in meiner Parade-Dizipien geschlagen. Was bitte hab ich? Du hast mich in deiner besiegen. In meiner Parade-Dizipien geschlagen. Normalerweise ist 9er eher meins. Obwohl Rotatio... Nee, Rotatio, du bist vermissen. Ich glaube, er ist am 8er, oder? Du hast mich ja besiegt. Eine Schande. Musst du mich wohl besiegen jetzt hier. Jetzt muss ich jetzt erfen. Oh, jetzt hab ich die Falsche angespielt. Mach mal die Einzweck, die geht mir einfach auf den Erden. Ja, das Drecksdegen. Falk damit. 2 ist auch nicht besser. Hau weg die Scheiße. Ja, komm weg damit. So mal. Jetzt komm ich ja nicht hierher nicht ran. Nee, da kommst du nicht ran. Na. War knapp. Oh fuck, jetzt muss ich gehen. Ausreden, ausreden. Oh, sag mal. Kann doch nicht wahr sein. Ja super, ich lache in dem Moment. Ja, ja. Genau. Machst du doch mit Absicht. Oh, geh rein, du Arsch. Ach nicht. Du Kugel. Gibt mir eine Beleidigung. Ich mag verbale, äh, verbale Beleidigungen, wollte ich gerade sagen. Ich mag, ich, ich mag, ich mag gerne, äh, mit Schimpfwörtern Umischwerfen, du wirst denn? Verbale Entgleisungen, meinst du? Verbale Entgleisungen, ja, ja, verbale Entgleisungen sind schön. Du Rosetten-Artist. Das war... Da hab ich ja überhaupt nichts gerissen. Oh Mann. Aber, ne, knapp war das. Knapp. 66 zu 6, also das ist schon... Und bei diesem Spielmodi kann man sogar ein Unentschieden erreichen. Vielleicht schaffen wir das sogar. 60 zu 60, ne, Quatsch. Doch. Doch, 60 zu 60. 60 zu 60, genau. Also bitte, ja. Da war jetzt nicht so die Herausforderung. Da war jetzt nicht so die Herausforderung. Guck. Guck. Sicher nicht, denn. Frei nach dem Motto, er hatte Glück beim Pool. Äh, Quatsch, beim Pool sag ich schon mal. Ach, der... Jetzt hat er kein Glück mehr. Jetzt braucht er nicht mehr gewinnen. Wow, ich hab mal einen Punkt gemacht. Ich hab sogar 8 Punkte gemacht. Das ist ja... Da kann ich ja mal richtig stolz auf mich sein. Nee, kann ich wahr sein. Ist gleich hart. Ja. Hat einen Arsch. Genau. Hat einen im Keller. Auch noch ne... Auch ne Ehrenrunde. Nee, so einfach länger an den Rücken. Achso. So nennt man das heutzutage. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ja, da kommen wir alle ran jetzt. Du hast jetzt mehr Punkte, als du... Achso, das hast du noch nie gehabt. Ich hatte sehr, wollte ich gerade sagen. Okay, du hast mehr Punkte, als die beiden Runden zuvor. Ja, ich komm da eh nicht ran. Ja, das hab ich ja gerade gesagt. Da kommst du nicht ran. Ja, dann mach ich jetzt mal weiter. Kann nicht wahr sein. Geh rein! Geht doch. Ich muss ja nicht mehr gewinnen. Ich möchte jetzt auch nochmal ne Runde gewinnen. Dass ich zumindest nicht, äh... Dass es nicht so ein Headtrick sozusagen ist. Dann musst du ordentlich mal spielen. Ja, dann muss ich ordentlich spielen. Ich bin die ganze Zeit nicht zum Zug gekommen, Arsch. Also gewinnen lassen soll ich dich nicht. Nee, das ist mir klar. Das wäre ja auch flächerlich. Und da kommst du nicht ran. Nein, da komm ich nicht ran. Dann mach ich das jetzt so. Na, klasse. Na ja, gut. Feindlich. Da komm ich jetzt aber ran. Da kommst du nicht ran. War ich nicht die Spielrichter? Doch. Nein, ich nicht. Nee. Danke. So, das hätte sein Punkt gegeben. Für mich, das ist ja geil. Wollte ich nicht. Nee, dass du das nicht wolltest, ist mir klar. Ich wollte an einer 5.3 spielen, hat sich ja berührt. Och, komm! So, versuch ich jetzt die 5 einzunoffen? Nee. Ich kann ja was probieren. Ich hab eh schon rum. Schade. Achso, ich bin dran. Aha. Ähm. Komm ich da jetzt ran? Nein. Da komm ich nicht ran. Doch. Vielleicht. Warte. Aber es ist tatsächlich bei uns schon vorgekommen, dass wir beide auf dem Bildschirm gestarrt haben und dachten, der andere wäre dran. Ja, das ist tatsächlich schon passiert. Also, wenn du dich gut anstellst, könntest du eventuell noch einen Unentschieden erreichen. Ach Gott. Guck mal, das war wieder reines Glück. Das Ding ist einfach nur abgeprallt. Wir hauen ja auch einfach nur drauf. Aber das macht ja nicht. Nee, das stimmt. Weil ich könnte mal mehr Punkte sammeln hier. Ich könnte mal mehr Punkte sammeln. Das ist eine gute Idee. Ja, ich hab' ich verloren. Nee, die Runde war echt mies von mir. Für mich, ja. Von mir. Wunderbar. Hallo. Kannst du lassen. Ja. Wollen wir noch einen anderen Modi zeigen? Ich würde sagen... Oh, ich wurde herausgefordert, dass es jetzt nicht tatsächlich worden war, von einem Engländer. Ach Gott, oh Gott. Nein. Ja, ich würde mal sagen, das war unser kleiner Exkurs ins Billiard. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wenn es wieder heißt... Okay. Tortenschlacht. Oder so. Ja, genau.